Hey, wunderbar. Machen wir ja doch hier weiter. Da, das Wasser. Seht, würde die ganze Welt ertränken, um uns zu ärgern. Ja, aber er hat uns damit auch den Weg geebnet. Kann das sein? Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Schnell, die Kanope. Bald Vater, wird alles gut werden. Kanope. Oh, Muni, geil. So, den Stab habe ich ausgewählt. Das war gut. Da oben, das Ding hier, die wir... Oh. Ja, musst du springen. Nö, ich will nicht. Mal gucken, was wir heute wieder für... Da hinten kann ich mal hin. Abenteuer bestehen müssen. Da oben ist noch so ein Ding. Da kannst du aber hochkreisen, glaube ich. Benutzen wir das Rad, um höher heraufzukommen. Oh, Gott, ey. Ja, dann... Viel Spaß. Das ist auch streng. Nee, doch nicht. Fünf haben wir schon. Dann bleiben wir uns ja nur noch fünf. Boah. Oh, hier kann man ja gar nicht. So. Was zeigt der denn hier? Auha. Also hoch, ja. Okay. Ja. Hoppala. Und pfff. Sobek, Herrscher der dunklen Wasser. Spüle die letzten Spuren von Nosiris hinweg. Da muss ich mal, glaube ich, hoch. Oh, da war er. Nein. Shit. Oh. war das mal wieder knapp auch nicht wenn du da runter gehst ich brauche noch etwas zu ich brauche nicht aber es ist gut gut auf fach 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 Ah, der tolle die Maske. Ja. da geht der hoch da kann man auch noch hoch ist da was hinterm Wasserfall das sieht so aus ach, hieß hier oben den Schädel ich glaube da kommen wir lang das auch oha ich bin da nein bitte nicht ähm, was? na dann mal gucken wir hier oben ja oben oh 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 Ja, supi. Ach, Mann. Jetzt bin ich ja bei dir. Mal da rein. Ja, wunderbar. Schön. Schön, ein Rätsel. Ich wollte doch gerade... Ich wollte doch gerade weggehen. Hä? Äh. Boah. Gibt auch noch einer? Haben wir hier irgendwo Kugeln? Hm. Hm. Stell ich mal auf den anderen. Ja. Ah, nee. Ja, nicht. Wunderbar. Oh, man darf auch nicht in den Kugeln stehen. Pfff. Deswegen habe ich immer Leben verloren. Aha. So. Ja. War das denn hier oben eigentlich? Ja. Keine Ahnung, oder? Ne, der von da sind wir ja gekommen, oder nicht? Ach, stimmt. Na. Schwarzer wird schon, ey. Mhm. Boah, deine Kacke. Oh. Boah. direkt reinlaufen naja muss den strahl leiten und er muss wahrscheinlich umrufen aber auf welchen bleibe ich stehen ja du musst wahrscheinlich leiten die dinger ja warte mal ich bin hier gerade am überlegen, wenn ich jetzt den kann guck mal da runter geht der weg aber der da guck mal ich geh auf den anderen mal ich versuch's ohne irgendwie zu sterben was kann man denn hier oh das ist auch eine gute idee und den gehen wir mal da mhm ne der runter scheine stell dich nochmal auf den einen na bitte den oberen da ich dachte der geht jetzt da hin ich dachte der geht jetzt da hin geht schon anders aus müssen na warte mal dann gehe ich mal hier runter moment jetzt geht wieder ein anderer auf und gehen immer verschiedene oberen sind immer die gleiche und die gleichen sind ich flirker aber dann machen wir genau okay ich er das er mal hoch hier aber da zwei ist doch eigentlich ganz schlimm Entschuldigung, hier, ey. Entgick mal. Hier können wir zwei machen. Stell ich mal auf den O. Da ist der Ding wieder vor. Ja, da stell dich trotzdem. Ach, jetzt ist der wieder davor. Dann haben wir wieder zwei. Warte mal, den Anlass hier. Bringt auch nix. Du musst wahrscheinlich auch irgendwo auf dem Ding stehen. Wer unten oder oben. Ja, fast, ne. Lass mal so... Lass mal da drauf stehen. Ja. Ähm. Nur ein Stück. Boah. Ähm. Ja. So ist eigentlich schon richtig, wa? Ja, denke ich auch mal. Ja, das ist wahrscheinlich nicht zufrieden. Kannst du nicht zufrieden. Und du bist schon großartig. Ja, das ist nicht großartig. Ja, das ist nicht so großartig. Nein, das ist nicht so großartig. Nein. Da spiel ich ja.